Schönen guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von meinen Minecraft LPs. Wir fangen einfach an und gehen mal Sand suchen und ja es hängt jetzt ein tatsbisschen. Machen wir direkt mal einen Sprung. Schaufeln haben wir eine dabei. Schlechte Voraussetzungen um Sand suchen zu gehen. Aber es reicht mir. Wir werden schon irgendwie hinkriegen. Krammig einfach Sand weg. Krammig noch eine Schicht weg. Krammig noch eine Schicht weg. Sooo... Gehen wir mal rüber. Wir haben schon wieder 52 Sand. Okay. Wie schnell das gehen kann. Klasse haben wir eigentlich auch noch. Auch relativ genug. Ein Schwein. Okay. 5 Krammig noch eine Schichtung. So, graben wir das hier noch weg. Mal machen wir einfach stoppen. So. Sitz. Komm einfach weiter. Wir werden ja sehen, was passiert. So, das können wir nicht benutzen und falls ihr es hört, mein Telefon klingelt. Wenn ihr es nicht hört, ist es auch gut so. Irgendwie werde ich in jedem Let's Play von irgendjemand von irgendetwas gespürt. Und ich hoffe, ich kann nicht gerade auch demolieren. Wenn ich gerade mal hier bin, wo viel Sand ist, ja. Ich habe viel Sand. Oh, da können wir noch hier das benutzen, Zuckerrohr. Mist, Dreck. Können wir das jetzt gleich alles wieder einpflanzen? Wenn wir wieder zurück zu unserem Haus finden, wo das sein mag, das war in die Richtung. Wenn ich jetzt mal zwischen Tür und Angel behaupten. Ja, stimmt, auch so. Schade, dass man das nicht auf Sandstein machen kann, weil Sandstein hält fest und das kann man auch so in der Luft machen. Oder geht das nicht. Was soll ich jetzt mal irgendwie denn so machen? Klar, das kann ich gegen, 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 was kann ich das eintauschen? Fackeln. So, ich kann jetzt versuchen, hier jetzt wieder ein Becken zu machen. Was habe ich das hier weggemacht? Ach. Was hier sowieso nur Zuckerrohr reinpflanzen. Okay, man kann sogar Zuckerrohr auf Zuckerrohr bauen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Ich kann es dann leider hier in die Mitte machen. Ich muss mich mal von oben anschauen. Ich kann jetzt mal auf den nächsten Eingang reinmachen. Ich kann jetzt mal ein schönes, hübsches, kleines Eimerchen. Ich mach dafür, ach. Ich muss eigentlich alles davon, aber Zuckerrohr brauchen wir gerade nicht. Wir machen Plumps. Wir holen Wasser. Wir holen hier rein und... Warum, wo ist mein Wasser? Okay. Egal. Komm, wir nehmen uns noch ein Schlückchen. Ich muss hier. Wie kann es hier? Wie kann es hier? Ich kann hier mal ein bisschen einfeinissen. Wie kann es hier etwas einlegen? Wie kann es hier? Wie kann es hier? Wie kann es hier ein bisschen leisten? So, jetzt will ich noch was dran bauen. Scheiß Dreck. Ich gehe hier kurz noch rum, da und dann ist es nun hier weiter ok. Ist auch schon geklärt. So, will ich sagen, wir gehen jetzt mal so langsam mal schlafen. So, fällt hier an und jetzt ist der hier will nicht mitspielen. Achso, ja und hier die Fackeln können wir weg machen. Weil das Weg ist nicht richtig. Ja, ich gehe dann ins Schlafen und danach werde ich dann aufhören mit dem Let's Play. Natürlich werde ich noch weiter drehen, aber für dieses Let's Play wird es dann das Ende sein. Vielleicht werde ich später noch ein Micro-Let's Play noch machen und überlege ich mir noch, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Achso, ich verwarte eigentlich nichts mehr. Kiste oder Bergbank, wo auch immer ich drauf gegangen bin. Ja. Ihr seid einfach mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommt doch einfach mal auf meinen Kanal. Dort findet ihr Links. Facebook, Twitter, Google Plus, Livestream. Sonntag 16 Uhr. Dort findet ihr auch meine anderen Videos, die ihr bewerten und kommentieren könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal machen würdet, aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann sage ich hiermit einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal und im nächsten Let's Play werden wir unser Plantagen hochhaus weiterbauen. Tschüss.